Edinburgh im Jahr 1828. Aus der ganzen Welt kamen die klügsten Köpfe hierher. Genau wie diese beiden. Wir haben nicht mal einen Penny, geschweige einen Plan. Wir müssen rausfinden, was die Leute brauchen und besorgen es ihnen dann. Selbst am dunkelsten Horizont zeigt sich ein Silberstreifen. Wir sind total pleite. Und die Miete vom Alton Donald? Der ist tot. Schafft die Leiche weg, bevor es hier drinnen noch mehr stinkt, als ihr beide es schon tut. Früher verkauften wir an Dr. Knox für drei Pfund eine Leiche. Drei Pfund? Und ich war der Meinung, das Leben wäre einfach und billig. Es ist falsch. Aber es ist die einzige Möglichkeit. Nein, was wir tun, ist falsch. Ich hielt es auch bloß für einen gewöhnlichen Furz. Und es wurde eine Bremsspur. Die Leiche scheint wirklich frisch zu sein, meine Herren. Ich gebe Ihnen drei Pfund. Und das gleiche für jede weitere Leiche. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite in der chirurgischen Versorgung, und Sie? Ich war Tänzerin, und als es schwieriger wurde, musste ich ins physische Rollenspiel wechseln. In die Akrobatik? Ja, manchmal. Hör zu, ich brauch mehr Geld, und das gleiche. Du machst dir doch was aus Frauen. Und eine Lady kostet ein Vermögen. Hast du den Verstand verloren? Nein, Willy. Wir sind Geschäftsleute. An die Arbeit! Ist sie tot? Sie hat es hinter sich. Das will ich doch wohl hoffen. Das Stück bietet alles. Sex. Mord. Geht's Ihnen gut? Alles, was man sich bloß wünschen kann. Die Polizei kommt uns auf die Schliche. Gut, Willy. Zeig mir die Wunde. Reizendes Hinterteil, das du da hast. Hallo, Mrs. McPhee. Das wird die Nacht heute. Ich kenne da einen überwältigenden Trick, wie du mit der Zunge... Danke, William. Ich bin Captain McClintock, und das sind zwei Polizisten, die folgen. Oh mein Gott, muss das unbedingt jetzt sein? Vergib mir. Burn and tear. Was ist mit seiner Positur? Biegen Sie ihn gerade. Biegen Sie ihn gerade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017